Äh, Lamy, siehst du das? Da liegt jemand im Wasser. Warte mal, der hier sagt auch, dass der Rettungsschwimmer verrückt geworden ist. Wir müssen fliehen, bevor er uns bekommt. Emily, das ist ja mal gar nicht gut. Lass schnell weg hier, Lamy. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Aber, hey Freunde, ich bin's, Lamy. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, heute spielen wir mal wieder eine Roblox-Ombi. Und mit dabei ist die liebe Emily. Hallo. Und Freunde, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Aktiviert rechts um die Glocke, Freunde, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir ein Video hochladen. Und kommentiert etwas Videos über mich oder Emily. Oder macht einen coolen Vorschlag in den Kommentaren. Und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Lamy-Army. Und jetzt würde ich sagen, Emily, wir müssen auf jeden Fall verschwinden. Weil, guck dir mal diesen Pool an. Der ist ja voll mit Giftsäure oder sowas. Ihh, und was ist mit dem Mädchen da hinten? Oh, die ist ja noch in den Pool gefangen. Die schreit da auch. Hilf mir, oh man. Oh, was, warte mal. Was hat der da in den Pool gekippt? In irgendwelche Chemikalien oder sowas. Oh, guck mal, Lamy. Seine Augen sind auch ganz schön rot. Oh, oh. Das heißt, der ist böse, Emily. Wir müssen verschwinden. Oh, ganz schnell weg hier. Oh, warte mal. Wir müssen an den Duschen vorbei. Oh, oh, aber. Ey. Oh, Mann, ey. Ich glaube, du solltest aufpassen vor dem Wasser. Oh, oh. Das ist echt rutschig, muss ich sagen. So. Aber wir schaffen das natürlich so. Zack, zack, zack. Und geschafft, Emily. Jetzt müssen wir nur noch auf dich warten. Komm schon, du schaffst das. Und. Oh, ich hab's wirklich geschafft. Schnell auf dem Checkpoint. Warte mal, was sagt der? Das ist eine Sackgasse. Wir müssen einen anderen Ausweg finden. Was soll das denn jetzt heißen? Müssen wir durch die Toilette gehen, oder was? Oh, oh. Ich vermute schon, wir müssen. Oh. Warte mal. Wir müssen gar nicht durch die Toilette gehen. Oh. Ah. Warte mal. Wir müssen durch diesen Schacht gehen, glaube ich, oder? Oh. Ja, wirklich. Oh, sehr gut, Laomi. Du bist ja richtig schlau. Okay. Das ist hier ein Labyrinth. Oh, Mann, ey. Ob wir jemals den Ausweg finden? Oh. Warte. Ich seh dich gar nicht mehr. Wo bist du denn? Warte mal. Äh. Hallo. Komm einfach zu mir, ja. So. Okay. Hast du den Ausweg schon gefunden? Oh. Ja, wirklich. Oh. Sehr gut, Laomi. Okay. Warte mal. Wir müssen auf die Pfützen aufpassen. Wir dürfen da nicht reintreten, Emily. Da bin ich ein richtiger Noob drin. Oh, Mann, Emily. Du bist wirklich ein Obby-Noob. Oder, Freunde? Was weiß bei dir? Ist Emily gut in Obbys? Das wollen wir jetzt einfach mal sehen. So. Komm schon. Du schaffst das. Das ist wirklich so schwer. Und... Nein, Emily. Oh, Mann. Oh, Mann. Es tut mir leid, Laomi. Aber geh schon mal was vor. Vielleicht dauert das hier noch ein bisschen. Warte mal. Was ist denn hier passiert? Oh, wie eklig. Die Toiletten. Warte mal. Aus den Toiletten kommt, glaube ich, Kaka. Äh. Was? Zeig mal her. Oh. Äh. Du warst so nah dran, Emily. Oh, Mann. Okay. Die nächste Runde schaffe ich das auf jeden Fall. Das wirst du schon sehen. So. Komm schon. Wenn du hier schon scheiterst, dann bist du ein echter Noob, Emily. Oh, Mann. Ich hasse diese Obbys. Oh, Mann. Ey. Wie lustig ist das denn? Komm schon. Emily. Jetzt schaffst du das wirklich. Das ist nicht so schwer. Komm schon. Ey. Ich spring jetzt extra zu dir nach hinten. Ja, ich komm ja schon. Jetzt folgt mir einfach so hier lang. Dann zack. Dann zack. 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 Und du bist da. Komm schon. Ich hab's geschafft, Lami. Geht doch, Emily. Oh, Mann. Oh, Mann. Hier ist ja wieder sowas zum Springen. Aber das ist nicht mal keine Pfütze. Das ist Kaka. Das ist echt eklig. Hast du da etwa wieder die Klos überschwemmt? Ja, ja. Immer wieder ich. Und warte mal. Hey, wir müssen jetzt durch die Toilette gehen. Oh, ich bin schon da. Ih, was ist das denn? Äh, warte mal. Der sagt hier, es riecht hier unten. Äh, gut. Versuchen, einen Ausweg zu finden. Ähm. Okay. Also. Warte mal. Es riecht hier nach, ih, Abfluss oder sowas. Ja, also dieses grüne Wasser stinkt total und. Au, das tut doch echt weh, muss ich sagen. Oh, äh, Emily. Schaffst du das überhaupt? Oh, Mann, ey. Das ist eine gute Frage. Oh. Oh, Lamy, es sieht gut aus. Oh. Ich hab's geschafft. Ich kann's kaum glauben. Ich auch nicht, ey. Wow. Okay. Wo müssen wir denn hier hin? Wow. Wer ist das denn da hinten? Okay, warte mal. Ich glaube, hier ist ein Weg von den dreien richtig. Welchen nimmst du? Äh. Oh. Okay, dann nehmen wir einfach den hier. Und. Und. Ja, den hier. Oh, danke schön, Fussi. Oh. Äh. Na gut. Der hat uns aber wenigstens den Weg gezeigt. So. Weiter geht's, Freunde. Durch diese Laser oder sowas. Okay. Schaffst du das? Oh. Du schaffst das doch nicht. Oh Gott. Da hinten ist wieder so ein Ruffeld. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Oh Mann. Immer diese schweren. Oh. Das ist doch nicht schwer, Freunde. Oder was meint ihr? Findet ihr diese Obby schwer? Also, ich find die bis jetzt eigentlich mega easy, Emily. Also, ich find's total schwer. Es gibt doch viel schwierigere Obbys. Oh Mann, ey. Vielleicht machst du es einfach ganz, ganz langsam, Emily. Okay, ich versuch's ja. Ich mach schnell. Ich mach langsam. Aber irgendwie klappt gar nichts. Oh Mann, Emily. Du bist so ein Noob, ey. Als ob du jetzt wieder zurückkommst. Oh Mann, ist das peinlich. Komm schon. Wir machen das jetzt zusammen, okay? Warte, Lami. So. Kann ich mich nicht hier irgendwie cheaten oder sowas? Nein, nein. Wir machen das. Oh. Ey. Ja, ich seh, wie gut du bist. So. Jetzt schaffst du das aber wirklich. Mach das einfach ganz langsam, ja? Okay, ich mach ganz langsam und ich hab's geschafft. Oh mein Gott, Lami. Ich hab's wirklich geschafft. Warte mal. Jetzt bin ich wieder hier hinten. Hattest du etwa kein Checkpoint? Oh Mann, ich glaub, ich geh schon mal ein bisschen vor. Ja, mach das mal lieber. Ich überhole dich sowieso. Ach Quatsch. Du wirst schon sehen. Oh. Ähm. Ja, ich seh's doch, Emily. So. Zack, zack, zack. Oh. Äh, warte mal. Das ist ja echt schwieriger als gedacht, ey. Ich hab das doch gar nicht berührt. Oh Mann, das ist ja total schwer. Ich hab den Checkpoint vergessen zu nehmen. Oh Mann, ich bin schon wieder hier hinten. So. Jetzt nehm ich aber erstmal den Checkpoint, ey. Ich bin so ein Dussel. So, zack. Und let's go, Emily. Oh, nein. Oh Mann, ey. Okay. So. Zack, 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 zack. Und ich hab's geschafft, Emily. Warte mal. Springst du einfach so über die drüber? Oh. Ja, komm schon. Oh. Nein, Emily. Wow. Warte mal. Was ist das denn für ein Mutant hier? Oh. 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 Oh mein Gott. Und durch hier. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, ich brauch auf jeden Fall den Checkpoint. Oh. Guck dir das mal an. Wir müssen nach ganz da oben gehen. Äh, Lami, wo hast du mich denn hier hingeführt? Oh Mann, das ist ja der totale Albtraum für mich. Hey, was für Albtraum. Das ist ein Paradies-Schwimmbad. Oh. Das ist ja echt schwer. Oh Mann. Oh, ich hab's geschafft. Oh. Was? Lami, ich glaub immer, ich werd immer besser. Das hoffe ich mal für dich. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt überhole ich dich aber auch mal so. Warte mal, was macht denn hier eine Pizza auf dem Pool? Ähm. Die wurde extra für mich zubereitet. So, schneller, Emily. Oh, du bist so ein Nubi. Ich wollte mich ein bisschen waschen, weißt du? Weißt du was? Ich renne jetzt einfach mal bis nach ganz oben durch. Okay, sollen wir einfach versuchen, wer als erster an das Ziel angekommen ist? An das Ziel? Ähm. Ja. Ich glaube, das ist sicher, dass ich gewinne, Emily. Ach, wir werden schon sehen. Vielleicht du... Hm, fällst du gleich aus Versehen? Ich fall nirgendswohin. So. Ich hab das jetzt sogar nach ganz oben, ohne ein einziges Mal zu failen. Ich sag's dir. Was? So gut bist du? Natürlich so. Nächster Checkpoint. Freunde, ich verspreche euch, ich werde jetzt keinmal mehr failen. Oh, aber bisher sieht's bei mir auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Wow. Nächster Checkpoint. So, ich bin schon oben. Lami, guck mal, wo ich schon bin. Wo bist du denn? Oh, oh, du bist ja auch schon oben. Oh ja, damit hätte ich auch gar nicht gerechnet. Warte mal, kann man hier schummeln? Ähm. Nein, oh Mann, ey. Oh, oh, jetzt bin ich, äh, vor dir. Oh. Na gut, Freunde. Oh, oh, Mist. Das war's mit meinem Versprechen, dass ich gar nicht mehr faile. Das kann doch nicht sein. So, aber jetzt. Das Welttrennen gilt immer noch, Emily. Ich bin hinter dir. Okay, äh. Oh, oh, oh. Oh Mann, oh Mann. Das war ziemlich doof von mir. Oh, jetzt bin ich vor dir. Oh, oh, oh. Hä, was soll das denn? Äh, also, ich meine, äh, nee, du hast dich verhört, glaube ich. Ja, ja, ja. So, dann machen wir das hier ganz easy. Emily, guck mal, wo ich bin. Ich kann grad nicht. Ich muss mich konzentrieren. Dann konzentrier dich besser. Und jetzt muss ich die Leiter hochleggen. Oh, ich hab's geschafft, Lami. Oh, wow. Oh, warte mal. Ich glaube, dann warte ich mal so ein bisschen auf dich. Dann können wir beide gleichzeitig ins Ziel. Oh, wie cool ist das denn? Dankeschön, Lami. Die ganze Lami-Army beobachtet dich gerade. Komm schon. So, und ich komme hoch, Lami. Oh mein Gott. Ich bin doch besser als gedacht, muss ich sagen. So schlecht war ich gar nicht. Er soll den Trank essen. Warte mal, was für ein Trank. Ey, warte mal, das sind leckere Cookies. Oh, probier die mal. Die schmecken total lecker. Und rein da. Oh, warte mal. Wir sind in seinem Mund drin. Iiii, irgendwie fehlen denen, glaube ich, paar Zähne. Oh, na gut, aber die Hobby ist noch lange nicht zu Ende, Emily. Oh, wow. Oh, Mann, oh, ich wurde voll weggekickt. Hey, der Sprung ist gar nicht mal so einfach wie gedacht, ey. Wirklich? Ähm, warte, so, ich komme. Was denn für ein Sprung? Äh, hä? Wie soll man das denn schaffen jetzt? Äh, ich weiß nicht. Warte mal, du hast es einfach geschafft. Beim ersten Versuch? Ja, natürlich. Ich bin doch kein Noob so wie du. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, ey. So, zack und... Nein, oh, Mann, ey. Das kann nicht sein, dass du vor mir bist, Emily. Oh, ich komme mal zurück, Lamy. Das kann ich mir ja gar nicht angucken. Ach, Quatsch, ich überhole dich doch sowieso. Geh einfach vor. Okay, oh, oh. Guck, siehst du... Das ist gerade nicht passiert, oder? So, und jetzt bist du... Oh, warte mal, bist du immer noch da hinten? Jetzt... Äh, nö, ich bin schon weiter. Oh, du hast den Checkpoint mitgenommen. Na gut, dann wollen wir mal. Oh, ja, natürlich. Also, das ist echt einfach. Das schaffe ich hier so. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ah, wow. Oh, mein Gott, ist das cool. Oh, warte mal, ist das eine Rutsche, die zu seinem Po führt? Oh, nein, ich hoffe nicht. Ich werde voll angespült. Warte mal, ich wurde direkt in den Tod katapultiert. Ich gehe jetzt ans Ziel. Ja, mach du mal. Ich brauche hier eh noch was länger. Die Kaka berührt mich immer. Ih, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Äh, beinahe Oma und ganz viele Katzen sind hier. Ähm, okay. Na gut, ich gehe einfach mal weiter und... Wow, warte mal. Wir sind fast da, steht hier. Was? Wirklich? Oh, Mann, Hilfe. Ich hänge doch noch im Magen fest. Oh, nein. Oh, Mann, ich bin direkt ins Auto gelaufen. Ey, so, Freunde. Jetzt laufe ich aber direkt ins Ziel und let's go. Und ich bin da, endlich. Oh, yeah. Ich habe den letzten Checkpoint erreicht. Äh, toll gemacht, Lamy. Was ist das denn hier? So, ich nehme das mal. Und... Wow, wie cool ist das denn? Wow, ich kann einfach mega hoch springen, Emily. Sogar auf diese... Wow, Wolkenkratzer kann ich drauf springen. Wirklich? Ich möchte auch so hoch springen. Warte auf mich, Lamy. Mega cool. Aber, Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und schreibt auch in die Kommentare, welche Roblox-Spiele wir noch gemeinsam spielen sollen. Also, Emily und ich, wir können natürlich jedes Roblox-Spiel spielen, was ihr wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder. Checkt unbedingt Emilys Kanal ab. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.